Herzlich willkommen zu den aktuellen Nachrichten aus dem Burgenlandkreis. Hier bei Ihrem Lokalsender BLK TV am Donnerstag, 26. September. Und hier die Meldungen. Heute wurden die Landesliteraturtage Sachsen-Anhalt im Literaturhaus Halle eröffnet. Die Zeitzer Bibliotheksinitiative ist nach 2021 in diesem Jahr zum zweiten Mal Mitveranstalter der Landesliteraturtage. In der Stadt der Bibliotheken findet das alljährliche lange Wochenende der Bibliotheken statt. In diesem Rahmen wird unter anderem der Kleistpreisträger Thomas Kunst mit der Autorenlesung Zantschower Kliniken und mehr am 18. Oktober in der Zeitzer Kirche St. Michaelis zu erleben sein. Die Bundesregierung plant nach neuesten Plänen ab 2025 eine Preiserhöhung beim sogenannten Deutschlandticket von jetzt 49 auf dann 58 Euro. Darauf hätten sich die Verkehrsminister der Länder diese Woche verständigt. Gegen diese Entscheidung laufen insbesondere Verbraucherverbände Sturm. Aber auch politische Parteien wie zum Beispiel Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt bezeichnet die Entscheidung als Sauerei und die Schmerzgrenze sei erreicht. Die Grünen im Landtag zeigen sich ebenfalls enttäuscht und fordern ein sozial gerechtes Angebot. Der ambulante Hospiz- und Trauerbegleitungsdienst der Malteser in Weißenfels bietet am 2. Oktober wieder ein Gesprächs- und Beratungsangebot für Trauernde an. Von 15 bis 17 Uhr findet die Sprechstunde im City-Pastoral in der Weißenfelser Jüdenstraße statt. Betroffene können hier über ihre Trauer sprechen und sich über Unterstützungsangebote informieren. Anmeldungen hierzu unter der Telefonnummer 03443 237 9564. Die erste Sitzung des neu gewählten Behindertenbeirates der Stadt Weißenfels hat stattgefunden. Die Beiräte diskutierten erneut über die Barrierefreiheit des Ratssaals am Kloster und über die Vorbereitungen der Aktion Weißenfelser Lichterkette am 3. Dezember. Die nächste öffentliche Sitzung des Behindertenbeirats findet dann am 10. Oktober statt. Am kommenden Samstag werden in Mücheln die schönsten Oldtimer gesucht. Von 10 bis 12 Uhr kann man sich und sein Fahrzeug dann fotografieren lassen. Anschließend findet die Prämierung statt, bei der Tank- und Marktgutscheine zu gewinnen sind. Zeitgleich findet auf dem Gelände an der Merseburger Straße der 5. Bauernmarkt statt. Beim Weißenfelser Lauf gegen Gewalt konnten Kinder ihre Vorstellungen zum Thema zeichnen. Eine Kindergérie aus dem Kinderrat der Kindertagesstätte Knirpsenland hat nun die fünf schönsten Bilder ausgewählt. Diese werden auf eine Fahne gedruckt, die am 25. November feierlich auf dem Marktplatz von Weißenfels gehisst wird. Anschließend wird die Fahne als symbolisches Zeichen für Gewaltfreiheit und friedliches Zusammenleben an das Frauenhaus in Weißenfels übergeben. Das Weißenfelser Neustartbüro ist vom 30. September bis zum 11. Oktober geschlossen. Das Landratsamt des Burgenlandkreises sucht in den kommenden Wochen nach freiwilligen Testpersonen, die die Online-Dienste des Kreises auf deren Nutzerfreundlichkeit prüfen sollen. Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit und am Ende der Testphase erwartet die Teilnehmer aber eine kleine Überraschung als Dankeschön. Als Testpersonen sind ausdrücklich auch Senioren erwünscht. Am 16. Oktober wird es im Landratsamt in Naumburg dazu eine Einführungsveranstaltung geben. Ziel der Testphase ist es, mögliche Schwachstellen der Online-Dienste herauszufinden und diese abzustellen. Anmeldeinformationen auf der Homepage burgenlandkreis.de. Und soweit die aktuellen Nachrichten und jetzt geht es weiter im Programm von BLK TV, Ihrem lokalen Fernsehsender aus dem Burgenlandkreis. Neue Nachrichten gibt es morgen Abend wieder um 19.30 Uhr.